Bei der Sonnenbrille ist es wichtig, dass die Form auf das Gesicht passt, dass die Luft weder von unten noch von oben an die Augen kommt. Das Belüftungssystem erlaubt die Luftzufuhr, sodass die Linsen nicht beschlagen werden. Verschiedene Teile einer Sonnenbrille sollten aus Gummi gemacht werden, wie zum Beispiel bei der Nase oder bei der Stirn. Die gleichen Bedingungen gelten auch für Skibrillen.